Moin Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Cookie-Test-Video. Wir sind beim Wind-Madelein-Cookie angelangt und dieses Monster ist sehr speziell und stellt gleichzeitig ein Novum in der Reihe der neuen Monster dar. Es gibt hier eine Wertekombination an Fähigkeiten, die es sonst noch nie in Summoners War gab. In dem Sinne, wir gucken uns das Ganze einmal gemeinsam an und ich würde sagen, wir starten rein. So und wenn man sich die Fertigkeiten einmal genauer anguckt, dann ist hier genau gesprochen die Rede von der dritten Fertigkeit. Wir skippen jetzt erstmal unüblicherweise die anderen beiden Fertigkeiten und gehen direkt rüber zur dritten Fertigkeit. Dritte Fertigkeit ist was, der Name ist Programm, euer Ende ist gekommen, heißt der Titel und hier steht, diese Fähigkeit ermöglicht es euch, die Angriffskraft, Krit-Rate und die Angriffsleiste von allen Verbündeten zu erhöhen. Das ist ziemlich krass. Das ist ziemlich krass und warum ist das krass? Weil wenn man hier mal in die Sammlung reinguckt und auf Suche klickt und dann sich mal anguckt, Attack-Erhöhung, Krit-Rate-Erhöhung, dann sieht man schon, okay, das Bild ist sehr eingedampft. Da gibt es nicht so viele, ja. Das Monster, was dann vielleicht am ehesten einfällt bei diesen beiden Buffs, ist der gute Sieg oder Antares, wenn man ihn kennt, ne, oder vielleicht auch der Kebil-Syniv. Und Benerva hat jetzt noch dazugekommen, es ist eine Neuerung und diese Neuerung ist entscheidend, vor allem für Leute, die Leo besitzen. Und zwar heißt es erhöhte Attack-Balken. Und wenn ihr noch Attack-Balken-Erhöhung mit drin habt, dann seht ihr, die Monster-Kombination, die es hier gibt, gibt es nicht wirklich. Weil die beiden Kollegen, die hier noch im Wind und im Dunkel sind, die Elementare, die spielt eh niemand, weil sie einfach zu schlecht sind. Und Antares erhöht sich selber, quasi gibt sich selber eine Runde. Dass ein Monster-Verbündeten eine Runde geben kann und gleichzeitig Angriffskraft- und Krit-Rate buffen kann, das gab es noch nie. Und aus meiner Sicht ist das Giga-OP. Giga-OP und deswegen sollten wir das unbedingt testen und unbedingt schauen, warum ist das jetzt so Giga-OP. Und das werde ich euch gleich nochmal ein bisschen erzählen. Vorher gucken wir uns die anderen beiden Fähigkeiten natürlich noch an. So ganz skippen wir das Ganze natürlich nicht. Und wir schauen nochmal kurz drüber. Erste Fähigkeit, Heap des Lichtes, kennt ihr schon von den anderen Madeleine-Cookies. Ist eine scheiß Fähigkeit, Bruder. Zweite Fähigkeit, Angriff des Kommandanten. Greift den Gegner zweimal an, betäubt ihn für eine Runde und stört die HP-Erholung für zwei Runden mit einer Wahrscheinlichkeit von jeweils 50%. Dieser Angriff verursacht mehr Schaden entsprechend deiner Max-HP. Das bedeutet, den Cookie wollt ihr... Hier nach dieser zweiten Fähigkeit zu urteilen, wollt ihr ihn auf viel HP bringen. Das ist ein Trugschluss. Also ihr könnt ihn sicherlich noch mit HP ausrüsten zusätzlich. Aber aufgrund der dritten Fähigkeit solltet ihr dafür sorgen, dass euer Cookie fast as fuck is. Also der muss wirklich schnell sein und der muss versuchen, den Gegner zu outspeeden. Dieser Cookie hat 103 Base-Speed, kann Attack, Crit-Drahte und Angriffsbalken erhöhen. Insane! Mit dem Base-Speed, also ich hätte eigentlich gedacht, wer das alles kann, der hat irgendwie 80 Speed oder so. Aber Kontras hat sich entschieden für 103. 103 ist ein sehr guter Wert für Angriffsbalken-Monster. Wenn ihr euch mal so vergleicht, so richtig starke Angriffsbalken-Erhöhungsmonster, Tiana, Bastet und dann noch die ganzen Budget-Versionen, die es da so gibt. Theon, Konamiya und Dover, so die 5, die man sich so einfällt, Dover, der Lichthark. Die sind alle so um die 100 oder meist schlechter. Und 103 ist ein sehr guter Wert. Deswegen, warum ist das jetzt so krass? Ich würde sagen, wir gehen einmal ins Teambuilding und dann zeige euch, warum das so krass ist. So, und wenn wir jetzt ins Teambuilding reingehen, dann solltet ihr, wir sind jetzt gerade in einer Arena unterwegs, dann solltet ihr schon so die ein oder anderen Builds vielleicht kennen. Ansonsten mache ich mal einen ganz kurzen Crashkurs. Wenn ihr Angriffsbalken-Erhöhungsmonster habt, so wie beispielsweise Dover, hier ist eigentlich ein Beispiel dafür, Dover oder Bastet, die Dame hier in Wasser, dann lasst es meistens so, dass die sehr schnell sein wollen. Meine Bastet ist hier auf plus 200. Oder wenn ihr eine Tiana habt, die gleichzeitig Strippen und Angriffsbalken erhöhen kann, also vorteilhafte Effekte vom Gegner runternehmen, dann wollt ihr die sehr, sehr schnell haben. Kleiner Nachteil, vor allem auch bei Luschen-Offs, ist hier, dass der Luschen auf 100% Krit-Rate sein muss. Das heißt, ihr müsst 100 Krit-Rate haben, um so viel wie möglich regelmäßigen Schaden an den Mann zu bekommen. Ihr könnt natürlich auch mit weniger Krit-Rate spielen, aber dann wird es halt immer mehr Glücksspiel, dass ihr den Gegner auch tötet. Und das heißt, ihr geht hier dann gerade, wenn ihr so hat wie Leo noch spielt, braucht ihr keinen Speed, weil Leo begrenzt das Speed aller Monster. Das heißt, ihr müsst nur quasi die Angriffsreihenfolge euch drum kümmern und der Leo hat null Speed möglichst und eure anderen Monster brauchen dann auch keinen Speed. Attack, Crit-Damage und Attack ist normalerweise der Luschen-Bild auf 100 Krit-Rate. Wenn ihr jetzt ein anderes Monster außer Bastet habt, beispielsweise den Wind Cookie, und der ist gigaschnell, ich habe ihm mal meine Kabila-Ruhen gegeben, 204 ist okay, ja, Speed, Defense und HP hier an der Stelle, 204 Speed, erste Runde generieren, Leo im Team haben, dann ändert sich für den Luschen auf einmal einiges. Und das eröffnet euch für den Damage-Output von Luschen einige Möglichkeiten, wir schwallen gar nicht lange, ich zeige euch, was das genau bedeutet. Und zwar habe ich hier mal schon ein bisschen rumgetüftelt für euch. Wenn man sich anguckt, den Luschen, den wir jetzt gerade gesehen haben, den baue ich natürlich nicht um, weil das ist mein Fett-Luschen, so wie wir ihn bisher gesehen haben, den brauche ich vielleicht noch, aber ich habe meinen anderen Luschen umgebaut. Normalerweise ist es so, den Luschen, den ihr bisher hier seht, mit plus 71 Speed, ist ein sogenannter Swift-Luschen, also ein schnellerer Luschen, nicht so richtig, kann auch noch schneller sein. Aber es ist ein Luschen, der quasi einfach gespeed-tuned ist, also den richtigen Speed-Wert hat, damit für Angriffsbalkenerhöhungsmonster wie Bastet, wenn kein Leo dabei ist, damit dann keine Lücken entstehen zwischen Bastet und dem Damage-Tealer. Ja, deswegen hat der 70 Speed oder 71 hier. Wenn ihr jetzt allerdings Leo habt und Bastet, beziehungsweise Bastet streichen wir mal raus, ihr habt jetzt den Wind-Cookie, den Madeleine-Wind-Cookie und Leo, dann habt ihr den großen, großen, großen Vorteil, ihr braucht nur die Angriffsbalkenerhöhung, der Madeleine-Cookie muss nur die erste Runde generieren. Sobald Angriffsbalken erhöht werden und ihr Leo im Team habt, bedeutet das, euer ganzes Team kriegt die nächste Runde und wenn das so ist, dann müsst ihr euch nur noch auf die Damage-Werte konzentrieren. Das heißt für Luschen, wir gehen von den 100 Crit-Rate runter auf 70, auf 70 Crit-Rate, weil der Crit-Rate-Buff, den der Madeleine-Cookie geben kann, gibt euch 30 Crit-Rate. Der Crit-Rate-Buff, 30 Crit-Rate, das bedeutet, Luschen bekommt 30 Crit-Rate dazu, ihr müsst nicht auf 100 gehen, sondern geht auf 70, kriegt mit dem Crit-Rate-Buff die fehlenden 30 drauf und seid dann wieder bei 100 und könnt deshalb dann, ihr seht es auch hier schon, ihr könnt dann für mehr Damage pushen. Ich habe jetzt mal so einen experimentellen Bild hier vorgestellt, wir haben 30 Crit-Rate-Buff mehr, wir gehen jetzt hier auf 256 wahrscheinlich hoch und hier noch mehr, noch mehr Attack. Ich habe das jetzt alles von Hand geruht, vielleicht kann man das mit dem Summoners-Vor-Optimizer noch ein bisschen effizienter und besser ruhen, aber ihr habt verstanden hoffentlich, wo die Reise hingeht. Das bedeutet, wir versuchen es jetzt mit 70% Luschens und dem Madeleine-Cookie die Gegner aus dem Leben zu hauen und das sowohl in der Arena als auch im Gen- und Belagerungskampf. Ist das wahrscheinlich möglich, in dem Sinne, wir probieren es aus. Kurze Einfügung nochmal zum kleinen Vergleich, damit ihr gleich einschätzen könnt, wie sich der Schaden verändert hat, wenn wir jetzt gleich testen werden. Ich habe jetzt den Luschen, den wir jetzt auf 70% gebaut haben, nochmal verändert, weil ich festgestellt habe, mit den Rage-Runen, die ich auf meinem Account besitze, ich habe nicht so viel Zorn-Runen gefarmt, deswegen, die können nicht richtig mitteilen mit meinen Fatal-Runen aus dem Riesen. Das ist quasi mein Luschen, den ihr jetzt hier gerade seht, das ist der Fat-Luschen, der nicht auf 70% geruht ist. Dieser Luschen drückt so mit Speedlead so um die 15.000 pro Karte auf der dritten Fähigkeit. Ihr seht jetzt hier gerade diese Rune, die habe ich mir gerade mal entwendet und die Rune wird jetzt gleich auf dem anderen Luschen mit platziert werden. Wenn ihr das jetzt schon mal gehört habt und gesehen habt, das heißt, der Fat-Luschen ist jetzt bei ca. 15k pro Karte. Und wir werden uns jetzt den anderen Luschen noch einmal angucken und der wird euch jetzt auf einmal deutlich mehr drücken können mit einem ähnlichen Rune-Set. So, und dann sind wir jetzt schon auf dem zweiten Luschen, auf dem 70% Luschen, habe ich ja gesagt, wir haben den nochmal verändert, die, wie gesagt, die Zorn-Runen waren nicht so der Knaller. Deswegen dachte ich so, okay, wir versuchen es mal auf Fatal, da hast du deutlich bessere Runen, weil ich längere Zeit im Riesen verbracht habe, als es im Nekro der Fall war. Und wir sehen hier, ich bin sogar auf 71% runter, das heißt, wir sind nochmal einige dann Crit-Drahte uns erspart und konnten das in Damage drücken. Wir haben 2600 Attack und 231 Crit-Damage. Das ist der Luschen, der ist auf Attack, Crit-Damage und Attack. Artefacts sind hier auch sehr wichtig. Ich habe hier auch nochmal einen Artefakt, Schaden auf Wasser, Schaden auf Wind, Schaden auf Dunkel und Attack-Erhöhungseffekt. Das ist auch kein schlechter Wert. Damit wird der Attack-Buff, den ihr ja bekommt, nochmal deutlich besser und gebt euch mehr Bonis. Und hier haben wir auch nochmal dritte Fähigkeit, Crit-Damage auf dem Typen-Artefakt, wie der Attack-Erhöhungseffekt. Und wenn ihr könnt, dann gibt es hier noch sowas wie zuerst, ich ja Schaden rund um Attack, aber das habe ich nicht mehr gefunden als Artefakt. Aus den Artefakten könnt ihr auch noch eine Menge Luschen-Damage holen. Das ist hier nun mal so ein Test und das ist jetzt nicht der geilste Luschen, aber nur muss ich mal so zeigen, wo die Reise hingeht. Ich würde sagen, wir springen einmal rein in die Test-Battles-Deak, die ich für euch vorbereitet habe. Und dann sehen wir mal, was da an mehr Schaden bei rauskommt. So und hier habe ich für euch das erste Test-Szenario mal aufgebaut. Wir sind hier mit Psamath und der Speed-Lead drin. Wir haben hier den Cookie am Start, wir haben Leo am Start und den besagten 70% Luschen. Und jetzt testen wir noch einmal, wie viel Schaden der Luschen jetzt hier macht. Einmal den Buff verteilen und ihr seht jetzt auch, wir haben Attack-Crit-Rate-Buff und wir haben Attack-Leiste bekommen. Und das heißt, wir werden jetzt gleich noch ein bisschen Schaden machen. Ich drücke das Ganze hier mal auf 1 runter, sodass ihr jetzt auch Damage seht. Und wir machen einmal Amp-Magic auf einen Cookie, der nicht so krass geruhnt ist, also der keine Ruhen richtig hat. Das ist der Standard-Cookie, den ihr auch habt. 16.000, 16.000, 15.000, 6. Leicht mehr Damage, je nachdem wie eure Ruhenqualität so ist, könnt ihr noch ein bisschen mehr rausdrücken. Das ist jetzt mit einer Speed-Lead. Die 15.000, die ich euch vorhin als Referenz gegeben habe, sind auch mit Speed-Lead gewesen. Ihr könnt jetzt das Ganze natürlich auch noch ein bisschen verändern, indem ihr einfach sagt, okay, wir gehen hier gar nicht, oder ihr greift vielleicht Defenses an, wo ihr wisst, dass ihr sicher mit eurem Cookie out speeden werdet. Da habt ihr ein bisschen ein Gefühl für entwickeln. Dann könnt ihr hier vielleicht beispielsweise auch mit einer Attack-Lead rein. Oder meinetwegen mit Alicia. Ich glaube, da fehlt noch eine Rune. Ist jetzt gar nicht so wichtig, wie Alicia geruhnt ist, sondern hier geht es wirklich nur darum, um den Lucian-Damage. Wir können einfach mal so reingehen. Und dann werdet ihr gleich nochmal sehen, das ist auch nochmal auf 44% mehr Attack. Bringt auch noch mehr Damage auf Lucian. Und das werden wir gleich mal hier einmal ausprobieren. Einmal hoch, Ende ist gekommen. Let's go. Der Cookie weiß es noch nicht, aber sein Ende ist auch gekommen. Ich mache nochmal auf 1 und dann let's go. Und wir sehen hier 17-2, 17-3 und 17-1. Also ihr seht, der Lucian kann auf einmal richtig viel drücken. Und ich glaube, gerade dieser Cookie ist für Leute, die noch nicht die Über-Premium-Damage-Dealer-Ruhen haben, ist das so ein richtig schönes Brückenmonster zu den richtigen Premium-Offs, die man dann später vielleicht spielen möchte. Wobei der Cookie eigentlich an sich auch schon von den ganzen Werten her, der Wind-Cookie hier, der Madeleine-Cookie eigentlich auch, der ist schon ziemlich gut. Also ich weiß nicht, ich will gar nicht wissen, was die richtigen Pro-Spieler, die richtig gute Ruhen haben, mit dem anstellen können. Und vor allem, wie denn der Lucian-Damage aussieht, der wird bestimmt richtig krank aussehen, wenn ihr den Madeleine-Cookie plus Leo spielt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal ein paar Beispiel-Runs rein. Das war jetzt immer nur so ein kleiner Trockentest, damit ihr so ein bisschen verstanden habt, wie der Unterschied sein wird. Und jetzt gehen wir mal gucken, ob wir da ein paar Devs mitgeknackt kriegen hier in der Arena. So, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal als ersten Gegner richtig rein. Das ist eine Aria-Defense mit Nana, mit Riley und mit Kinky. Und wir versuchen sie einfach mal zu loschen, was eigentlich mit gegen Kinky nicht immer so gut funktioniert, aber wir probieren es trotzdem. Ich habe jetzt hier mich noch für die Windpinseler-Lead entschieden, weil die gibt noch ein bisschen mehr Attack. Das ist eine Defense, die ihr garantiert outspeeden werdet, weil hier keiner für Speed contestet. Deswegen einfach entspannt rein, ohne Speed-Lead. Und wir versuchen so viel Schaden wie möglich aus unseren Luschen rauszuholen, dank dem Wind-Cookie. Dank dem Wind-Madelein-Cookie. Und jetzt machen wir einfach mal hier Damage auf die Riley. Rauf den Buff, Crit-Rate und Angriffskraft-Buff. Wir können jetzt hier, wir können eigentlich, was können wir hier machen? Eigentlich irgendwas, das ist eigentlich ziemlich egal. Und ein bisschen Schaden vorneweg, auch nicht so schlecht. Und jetzt versuchen wir mal Damage zu machen. Wir gucken mal, wie das jetzt auf den richtigen Gegnern aussieht. Wo 18k, 18k und auch der Ariel droppt weg. Das ist nicht so schlecht. Auch der Ariel droppt weg. Und ist damit quasi nicht mehr gesehen worden. Wir nehmen jetzt hier einfach die erste Fähigkeit. Ich glaube, da passiert nicht mehr so viel. Genau, versuchen wir noch den Defense-Break. Jawohl. Glancing ist auch drauf. Er trifft trotzdem den Defense-Break. Okay, interessant. Aber ja, jetzt ist an der Stelle, sollte das schon durch sein. Zweite Fähigkeit von dem Cookie. Macht die auch irgendwas? Ja, aber nicht mit den Runen, die ich wahrscheinlich drauf habe. Weil der ist wirklich nur für die erste Runde gebaut. Und zack, war es das auch mit Kinky gewesen. Ein erstes Beispiel, wie ihr anscheinend auch so eine Wasserheiler. Und da war ja eine Ariel-Lead dabei. Der hat sehr viel HP an sich aufgebaut. Ich meine, vielleicht waren die Runen nicht die besten. Aber ihr versteht, worum es geht. Man kann also hier auch durchaus Tanky-Devs, die nicht so Feuer-heavy sind, versuchen anzugreifen. So, wir sind jetzt hier recht risky in eine Defense reingegangen, wo ein Kanal steht und wo auch ein Triton steht, der normalerweise uns outspeeden müsste. Wenn er das tut, dann wird er uns jetzt gleich, sobald er, wenn Leo ihn nicht jetzt resetet vom Attack-Balken her, dann könnte der uns jetzt gleich zusetzen. Wir probieren es einmal. Leo, bitte nicht verkaufen. Leo hat die Attack-Balken zurückgesetzt. Hat gerade ein bisschen geleckt, aber hat er getan. Sonst wäre der Kollege jetzt wahrscheinlich drangekommen. Wir machen einmal die Attack-Balken zurücksetzen. Zack, 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 sieht gut aus. Und jetzt hoffen wir, der Kanal kann noch ein großes Problem darstellen, deswegen möglichst nicht in Feuer-Defenses reingehen. Damage ist da, aber der Kanal steht noch und der kann theoretisch unser ganzes Team auseinandernehmen. Er sagt, wir stunnen ihn. Oh, der Stun kam sogar durch. Nicht schlecht. Der Stun kam durch und jetzt versuchen wir es einfach irgendwie durchziehen und den Kollegen weghauen. War ein bisschen risky, weil er an Karne steht. Und wenn der Triton auch Wille gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich schon GG gewesen. Also wir gucken mal weiter. Momentan ist im Fighter-Bereich halt nicht so viel Gutes unterwegs. Hier nochmal eine Defense, die wahrscheinlich auch nicht so häufig gesehen wird. Aber ich würde sagen, so als kleiner Test, um zu verhandelschaulichen, wie man jetzt dank dem Cookie andere Damage, die da spielen kann, denke ich mal, reicht auch aus. Wir können ja gleich nochmal in den Gehirn- und Belagerungskampf reingehen und schauen, ob das da auch so gut funktioniert in den kleinen Dreierteams. Und ihr seht hier zumindest, war moin, das hat schon mal ganz gut funktioniert. Und wir luschen das hier auch nochmal an der Stelle weg. Ich würde sagen, wir gehen mal in den Gehirn- und Belagerungskampf rein und schauen mal, wie man in der Offense den Cookie dort vielleicht auch noch mit benutzen kann. Also hier im Gehirn- und Belagerungskampf wird es schon ein bisschen schwieriger, das Ganze, sag ich mal, so zu spielen, wie wir es gerade hatten. Weil uns fehlt einfach noch ein Slot für eine richtige Lead. Der Cookie selber hat nur eine ACC-Lead. Lucian hat nur eine Dungeon-Lead. Und ja, Leo ist der Einzige, der irgendeine Lead gibt, die vielleicht Impact hat, aber nicht auf unseren Damage. Deswegen würde ich das einfach mal an der Stelle so probieren. Das ist immer noch der Lucian mit den 70%. Normalerweise, wenn ihr natürlich für Speed gehen wollt mit dem Cookie, dann müsstet ihr versuchen, den Lucian einfach ein bisschen mehr Angriffsbalken, also ein bisschen mehr Tempo zu geben. Angriffsbalken bekommt er ja. Und vielleicht macht das hier Sinn, auch eher, wenn ihr gegen andere Defenses rankommt, die mehr für die erste Runde gehen, dann vielleicht für eine Speed Lead zu gehen. Und der Lucian müsste dann viel schneller sein. Ansonsten, wenn ihr keinen Leo drin habt, dann ist es so, dass euer Lucian dann wieder schnellere Tempo haben muss. Weil Leo ja der Grund ist, warum ihr so wenig Tempo spielen dürft. Und ansonsten müsste der wahrscheinlich deutlich, deutlich schneller sein, wenn ihr nur den Cookie spielt, weil 15% Angriffsleiste in den kleinen Dreierteams ist sehr wenig im Vergleich zu anderen Attackbar Boostern, wie beispielsweise Bastet. Ich glaube, Bastet hat die 25 oder so. Ich glaube 25. Und das bedeutet, wenn ihr weniger Angstleiste habt, die ihr geben könnt, das heißt, dass die Speedwerte von den Damage-Tilern dann höher sein müssen. Also die 70 Speed, die wir vorhin gesehen haben, auch den Lucian, der normalerweise zu Bastet gespeedtuned ist, die müsste dann wahrscheinlich, oder zu Bernard und Bastet, es ist ja nicht nur Bastet, sondern Bernard und Bastet, das heißt, ihr habt zwei Attackbar Booster, ihr müsstet dann hier an der Stelle wahrscheinlich, keine Ahnung, wie schnell er sein muss, also wahrscheinlich plus 100 und trotzdem noch Damage-Til. Also da weiß ich nicht, ob das so gut funktioniert. Wir probieren uns mal gegen die Defense, die hat keine Speedlead, die ist auch nicht für die erste Runde und wir hoffen einfach mal, dass wir sie aus dem Leben kritten und dass einfach nur Tesarion übrig bleibt und hoffen aufs Beste, würde ich sagen. Einfach mal testen, einfach mal rein und schauen. Let's go. Tesa bleibt locker stehen. Okay, der Odin, haut der Odin jetzt? Tesa hat Bock, alles klar. Oh Gott, wir haben Glück gehabt, der Odin haut uns nicht um, aber ja, jetzt, oh Gott, oh Gott, wenn der jetzt noch sich ein Dings geklaut hätte, dann wäre es schwierig geworden. Jetzt ist die Frage, ob wir am Leben bleiben. Der Cookie ist jetzt nicht fürs Überleben gebaut gewesen und seine erste Fähigkeit auf Feuer ist auch eher eine Lüge als alle andere. Allerdings, wir haben Leo. Leo hat ein bisschen ACC, kriegen wir hier den Stun raus. Na, Feuer, schwierig. Vielleicht noch ein Dot, auch kein Dot. Ja, Kampf gegen Tesarion. Tesa übrigens auch eine richtig tolle Unit für den Gehirn- und Belahrungskampf. Aber ja, ähm, ja, ich glaube, ich glaube, an der Stelle wird's wahrscheinlich entweder, kriegen wir noch, kriegen wir noch, kommen wir noch, kommen wir noch an den, an unsere zweite Fähigkeit ran oder macht uns Tesarion so weg? Er macht uns so weg. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, wie ich schon gesagt hatte, wenn ihr sowas spielt für die erste Runde, beispielsweise gegen, gegen sowas hier, dann solltet ihr für die erste Runde gehen. Aber da könnt ihr nicht einfach den Cookie spielen, Luschen, also denselben Luschen, den wir jetzt gebaut haben, mit 27 Speed. Und wenn ihr dann noch eine Speedlead dazu pickt, ohne Leo, dann werdet ihr einfach eine Riesenlücke zwischen Luschen und dem Madeleine Cookie haben. Deswegen macht es hier wahrscheinlich eher Sinn, dann den Luschen deutlich schneller zu machen, wenn ihr anfangt zu Luschen oder den einfach nicht im Gehirn- und Belahrungskampf zu spielen, sondern so wie ihr es gesehen habt in der Arena. Ähm, aber ja, soweit erstmal, ich glaube, wir haben genug Footage gesehen, erstmal grundlegend für den Wasser, äh, für den Wind Cookie, äh, für die gute Madeleine oder Madeleine Cookie. Wieso haben die eigentlich keine eigenen Namen? Aber gut, äh, wahrscheinlich hätte sich das jemand ausdenken müssen und bei Cookie Run Kingdom, äh, heißen die ja, heißen die da alle gleich? Ich weiß es gar nicht. Ähm, ja, in dem Sinne, der Madeleine Cookie, auf jeden Fall ein sehr gutes Monster für die Arena aus meiner Sicht. Warum der gute Mann eine Gilden-Lead hat, weiß nur Kontoass, ähm, und ja, wieder so ein Ding. Aber ich persönlich finde Madeleine Cookie auch in Wind durchaus nutzbar. Der einzige, der mir da bisher noch nicht gefallen hat, war der Wasser. Wenn ihr die Videos zu den Wasser- und Feuercookies noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch die hier an der Stelle, damit ihr sie mal nachholen könnt, weil die Videos sind nämlich auch schon draußen. Und, ja, ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit dem Madeleine Cookie, ihr habt ihn gezogen. Ich glaube, gerade für Anfänger-Spieler in der Arena, für so eine Anfänger-Arena-Offense mit 70% Luschen, ist das nicht so schlecht. Kann man nutzen, kann man nutzen, überseht das Monster auf jeden Fall nicht. Und ihr seht auch ohne Skill-Ups, komplett spielbar. In dem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, bis dann, ciao. Bis dann, ciao.